Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. What a wonderful day. Ich bin euer Siro, der Leben überweist dafür, dass der Mensch vom Affen abstammt und lade euch auf eine animalische Reise auf dem Planeten der Affen ein. Aber ich muss mich hier nicht alleine filmisch entlausen. Nein, passt ganz genau auf. Ich darf mit der Frau, die wahrscheinlich sogar ein Gorilla verbal zur Aufgabe zwingen könnte und dabei gleichlich das komplette Donkey Kong Franchise mit nur einem Leben durchzockt. Unser Funky Monkey Leader ist auch mit am Start. Hi. Hi. Und natürlich reicht das bei uns noch nicht aus. Wir sind ein Podcast im Premium-Content. Denn wir geben dem Affen ordentlich Zucker und darum ist auch diese Dame mit dem Affengehege, die King Kong nicht nur den Zahn ziehen würde, sondern auch dem Gorilla eiskalt die Sonnenbrille abzieht. Bei ihr wird Link der Butler zur Schoßkatze. Willkommen bei der persönlichen Dschungelprüfung für dich. Hallo Schlöger. Hallo. Und natürlich auch ein herzlich Willkommen zum Tele-Stammtisch an alle Primaten, an den Endgeräten da draußen. Ja, wir haben uns heute zusammengefunden, um über Planet der Affen New Kingdom zu sprechen. Und da fangen wir mal vor dem Film schon mal an. Habt ihr schon Berührungspunkte gehabt mit der Prequel-Theologie, die hervorkamen? Lida, wie sah das so bei dir aus? Ja, ich habe sämtliche Planet der Affen-Filme gesehen. Und wie fandest du die drei Vorgänger? Wechselnde Qualität. Der erste war noch recht passabel, dann ging es in einer langsamen Kurve nach unten, der letzte dann eher schwach. Grundsätzlich sind die dramaturgischen Erwartungen an dieses Drehbuchautoren-Duo und diese Form von Franchise ja nicht unbedingt in die Decke schießen. Was grundsätzlich einfach schade ist, ist, dass genau wie die alten Filme, die zumindest punktuell noch ein bisschen mehr da hatten, bisher trotz der fast jetzt schon zehn, also wir haben jetzt den neuen Planet der Affen-Film, wenn ich mich nicht verzählt habe, und wir haben jetzt also fast schon zehn Filme. Und es wurde nie geschafft, wirklich das Potenzial, was in der Vorlage drinsteckt, mal richtig auszuschöpfen. Und das finde ich jedes Mal wieder schade. Kann ich dir ja... Würde mich ja interessieren, was für dich das Potenzial tiefer ausschöpfen würde, aber das müssen wir ja nicht unbedingt im Intro besprechen. Vielleicht kommen wir später noch drauf zurück, wenn du das möchtest. Soll ich einfach beantworten, was ich für Berührungspunkte habe mit den Filmen? Ich bin da sehr neugierig. Genau, also ich habe das Original gesehen natürlich. Ich meine, ich habe auch die Tim Burton-Version gesehen und von der Trilogie davor habe ich tatsächlich den letzten nicht gesehen, weil es mir da ähnlich ging wie Lieder, nur dann eben extremer. Also ich fand den Revolution, den fand ich irgendwie ganz cool, der hat mir Spaß gemacht. Dann hier den zweiten Revolution, da ging mir von der Story ein bisschen was abhanden. Der hat ja meines Erachtens mehr mit Optik geglänzt, was auch manchmal ganz gut sein kann. Aber er hat mich eben so gar nicht dann mitgenommen, dass ich den dritten gar nicht erst geguckt habe. Soweit meine Berührungspunkte. Und wie ist es bei dir, Zero? Mir brutet so ein bisschen gerade das Mainstream-Herz, würde ich sogar eher sagen. Weil das ist doch eine der Mainstream-Triologien, die ich doch recht gut fand. Gerade in dem Punkt, dass vielleicht nicht perfekt immer, aber wenigstens versucht wird, doch diese Mischung zwischen Mainstream-Kino mit Bombast und, man muss es so sagen, visuellen Effekten auf richtig, richtig hohem Niveau. Gerade wenn man von Motion Captoring spricht, fällt einem da halt gleich der erste Teil ein, der zweite und der dritte dazu, wo Andy Serkis einfach grandios auch die Rolle des Caesars, der auch heute noch mal vorkommen wird, spielt. Aber ja, ich fand den letzten dann halt auch ein bisschen dümmlich, aber die davor, die haben mir richtig, richtig Spaß gemacht. Aber wir wollen ja heute über den jetzigen Film aus 2024 sprechen. Wer von euch beiden möchte denn gerne mal kurz eine kleine Zusammenfassung machen, um was es sich bei New Kingdom denn so dreht? Der neueste Teil setzt etwa 300 Jahre nach den Ereignissen des letzten Franchise-Teils an, beginnt in einer kleinen Kommune von Affen, die sich zu eigen machen, Vögel zu domestizieren und hier auf einem ja sehr naturverbundenen, simplen Niveau leben. Dann überfallen werden von einer militarisierten Gruppe Affen, was dazu führt, dass unser Hauptcharakter mit dem Namen Noah von seiner Familie und seinen Freunden, seinem ganzen Clan, der gekidnappt oder getötet worden ist, also teils teils getrennt wird. Und nun, um die wiederzufinden, loszieht. Auf dieser Reise begegnet er nicht nur einem Urang-Utan namens Raqqa, der sich ihm anschließt und ihn auch vertraut macht mit der inzwischen längst verschüttgegangenen Ideologie Cäsars, dem wir ja aus der alten Trilogie, die sich grob um seinen Aufstieg zum Anführer der Affen und einer Art moralischen Ikone, einer Führerikone Drähte vertraut macht. Und auch dazu einem Menschenweibchen, das intelligenztechnisch weit über dem inzwischen schon fast auf Urmenschen-Niveau oder früher Homo sapiens, Neandertaler, retardierten anderen Menschenintelligenz steht. Und damit nicht nur die Affen überrascht, sondern auch sehr interessant wird für den Anführer der militaristischen Affen, der auch Noahs Stamm überfallen hat. Erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung. So, jetzt kommen wir mal dazu. Es gab ja davor einiges am Brumborium in der Vorberichterstattung oder Trailer. Ja, bei Schlöcker, das brauche ich ja ganz großartig fragen. Trailer hast du wahrscheinlich nicht gesehen, hoffe ich. Korrekt habe ich nicht gesehen. Gott sei Dank. Aber hatte der für dich durch irgendwelche Vorkenntnisse irgendwelche Vorschusslorbeeren oder Ballast, in dem du heute in die PV reingegangen bist? Oder warst du so, mal schauen, was kommt? Nee. Ich bin ja, genau, ich versuche ja immer so unvoreingenommen wie möglich reinzugehen, also durch keine Infos vorher Erwartungen zu hegen. Und hier, deswegen bin ich auch recht spontan in die PV gegangen, weil ich ja den Dritten davor schon den Survival nicht gesehen hatte. Ich wollte hier den eigentlich gar nicht gucken, hier den Kingdom, aber habe dann spontan entschieden, ach, warum eigentlich nicht? Vielleicht wird der ja ganz gut und habe ja gehört, dass es ein Blockbuster war. Und habe dementsprechend gar nichts an Vorwissen mitgenommen und gar nichts an Erwartungen. Auch, also ich weiß nicht, was darüber gesprochen wurde. Das weißt, ich bin gespannt. Okay, dann bist du heute schon mal das weiße Blatt, was wir gleich beschreiben werden. Und Lila, wie sah es bei dir aus? Du hast die Trailer gesehen, gehe ich von aus? Nein, ich habe sie nicht geguckt. Da fehlte mir einfach die Zeit zu. Und während ich es nicht krampfhaft vermeide, Trailer zu sehen, war hier in dem Bezug nicht das Interesse oder die Einsicht einer Notwendigkeit vorhandelt. Okay, sind wir, also außer meine Wenigkeit, alle so relativ, aber befreit rein, ohne dass wir irgendwie sagen, das ist jetzt noch nervig oder das Problem in dem Film. Okay, ist auch schön. Aber wo würdet ihr jetzt in dem Teil jetzt so die großen Stärken erstmal sehen, wo man sagen kann, deswegen sollten sich unsere Zuhörenden auf jeden Fall ein Kinoticket holen? Lida, was glaubst du, was ist da auf jeden Fall der Top-Verkaufsargument für den Film? In jedem Fall natürlich die Technik. Die Animation der Primaten, die wir hier haben, ist wirklich top-notch. Wir haben sehr ausgeprägte Mimik. Wir haben wirklich das Gefühl, fast schon Schauspielende zu sehen. Auch die Kulissen sind durchaus stimmig, obwohl da noch mehr gegangen wäre. Es ist nicht wirklich innovativ in dem, was wir sehen. Im Prinzip mehr ein Update von dem, was wir schon in vergangenen Filmen gesehen haben. Und da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Apokalyptik gewünscht und habe auch immer irgendwo gewartet, dass ein bisschen die Freiheitsstatue mal angeklickt ins Bild gerückt wird. Aber ich denke, das wird dann im letzten Teil einer neuen, wie ich vermute, Trilogie der Fall sein. Also effektechnisch ist dieser Film sicher in der oberen Sparte. Vielleicht gibt es dafür auch wieder eine Oscar-Luminierung, wie bereits für den letzten War for the Planet of the Apes. Da kann ich schon mal gleich auch mit unterschreiben. Also gerade vom technischen, visuell ist das natürlich wieder top-notch, was es gerade so gibt. Das Einzige, was mir irgendwie aufgefallen ist, die Falken, die sahen halt manchmal nicht ganz so geil aus. Aber alles andere, jedes einzelne Haar an einem Affen, das haben sie so einzeln akribisch hingestellt. Schlocka, was ist dein Verkaufsargument für jemanden, der den Film nicht kennt, auch nichts gesehen hat? Warum muss er diesen Film jetzt unbedingt schauen? Also es sind natürlich keine Falken, sondern es sind Adler. Sehr wichtiger Unterschied. Und für mich auch, ja, die Animation, die hat mich direkt umgehauen. Auch wie ihr schon gesagt habt, nicht nur die Emotionen, auch die Gestiken. Also es ist nicht einfach nur jemand guckt traurig, sondern es sind richtig viele Varianten von Traurigkeit. Du merkst in der Körperlichkeit, du kannst die Affen am Gesicht auseinanderhalten. Also klar, obwohl es nur in tausend Anführungsstrichen Affen sind, erkennst du sofort von Weitem, okay, das war der. Und sie müssen keine Accessoires tragen, um das irgendwie erkenntlich zu machen. Das fand ich super. Und tatsächlich auch, so wie ich es auch von dem zweiten, also hier Revolution, so ein bisschen Erinnerung hatte, er hat auch schöne Kamerainszenierungen. Also wenn man entweder längere Fahrten hat oder so, das hat mir auch ganz gut gefallen. Wir haben ja bei dem Film jetzt einen komplett neuen Cast. Also wir haben nicht mehr die alten Figuren, die man dann doch irgendwann lieb gewonnen hat, zumindest ich, in den anderen Teilen. Und es sind alle komplett neu. Wie war das für euch so? Es wurde ja dann immer über Caesar, den wir vorhin ja auch mal kurz erwähnt haben, gesprochen. Aber es gab ja nicht wirklich so eine großartige Rückblende, dass man mal gesehen hätte, was hat der gemacht? Könnte das irgendwie jetzt neue Zuschauer komplett mit abholen? Oder sind die, die gar keine Vorahnung haben, jetzt erst mal auf den heißen Topf gesetzt? Also da frage ich erst mal dich, Schlogger, weil du bist ja dann eigentlich ohne Vorwissen rein. Hat dir da irgendwas gefehlt an Geschichte, um das zu verstehen, was passiert? Nee, eigentlich nicht. Also wir haben ja am Anfang so ein paar Sätze, die uns da reinholen, die dann wirklich die mitnehmen sollen, die wirklich gar keine Ahnung hatten. Ich kannte den Namen Caesar natürlich. Aber wir haben hier auch andere Anspielungen auf die drei Teile davor. Also wirklich minimale, die ich erst verstanden habe, als ich mich dann für den Cast hier in den dritten, also Survival, eingelesen habe. Also irgendwelche Namen, die auch mal gedroppt werden. Aber die braucht man nicht, um den Film zu verstehen. Also es hat für mich wunderbar funktioniert trotzdem. Lida, du als Kennerin der Materie von Planete Erfen, würdest du das auch so unterschreiben, dass der Film alle gut mit ins Brot genommen hat? Es ist ein Standalone-Feature, das auch als solches funktioniert. Und generell gesprochen ist ja, wie schon erwähnt, das inhaltliche Level dieser Reihe nicht so massiv hoch, dass man hier komplexe Zusammenhänge psychologischer oder dramaturgischer Art erfassen müsste. Im Prinzip geht es ja nur darum, es gibt Menschen, es gibt Affen, Obst, die evolutionäre Skala hat sich umgedreht. Und das kriegt man hier ganz gut mit. Ja, und was mir noch einfällt, was ich mich kurz gefragt habe, also dass der Virus dafür gesorgt hat, dass wie die Menschen sich, also wir reden, ist ja ja spoilerfrei, wenn ich sage, was in der Trilogie passiert ist, oder? Der Virus hat dafür gesorgt, dass die Menschen nicht mehr sprechen können. Das wusste ich zum Beispiel nicht oder nicht mehr, weil das im dritten Teil eher fokussiert wurde. Und das habe ich im Film dann einfach hingenommen. Das wurde nicht per se erklärt, aber es war jetzt auch kein riesengroßes Rätsel. Es hat nur manchmal den Unterschied zwischen ein paar Menschen. Da hatte ich kurz Fragezeichen, die aber direkt danach, die haben den Filmfluss nicht gestört. Ja, das ist in der Zeit eine dieser Logik, Lücken oder Brüche, die mich da gestört haben, die schon bereits im vorigen Teil etwas unerklärt wirken, nämlich wie wirkt dieser Virus und warum können denn die Menschen nicht mehr sprechen, da sie ja offenbar immer noch hören können. Und dann die Frage ist, fehlt ihnen jetzt die Intelligenzleistung oder ist das eine Form von physischer Affektion, die nur dazu führt, dass man keine Lautsprache mehr, also keine artikulierten Worte mehr äußern kann, aber trotzdem noch fähig ist, auf andere Weise zu kommunizieren und zu sprechen. Das war sehr unfertig und wird auch hier nicht wirklich dargestellt. Und auch dieser evolutionäre Rückschritt, den wir haben, also in 300 Jahren, das ist massiv, wie der hier vonstatten geht. Also das wirkt ja wie 3000 Jahre. Ja, sorry, also im Survival wird es dann auch nicht erklärt, weil wir haben dann ja ein paar Figuren, die dann eben nicht mehr sprechen können, aber da wird dann auch nicht gezeigt, ob die dementsprechend auch einen Rückschritt in der Intelligenz haben. Also ob es wirklich auch psychisch oder nur physischer Grundlage ist. Verstehst du das richtig? Ja, zumal das ja auch sehr bizarr ist, da ja ein Rückschritt, der ja nicht auf einmal dazu führen würde, eine Intelligenz, dass man nur nicht mehr sprechen kann, sondern auch andere komplexe Dinge erstmal nicht mehr ausführen könnte, bevor die Sprache einem versagt. Und zumal das Sprachniveau ja dann auch erstmal radikal sinken müsste, von komplexer Artikulation zu ganz simplen Sätzen, bis man irgendwann gar nichts mehr sagen kann. Und davor müssten ja ganz viele andere kognitive Fähigkeiten versagen. Also einen simplen Satz zu sagen, das können ja Babys, ja. Also da ist ja nun keine Intelligenz notwendig. Das hat mich jetzt nicht so gestört, als dass ich halt verwirrt war, dass es unterschiedliche Menschenarten dann quasi gab. Das muss man dann halt einfach hinnehmen. Und definitiv für mich war der einzige Anhaltspunkt halt in dem Vorgänger, dass halt kurz vor Schluss der Mensch, der halt dann schon gar nicht mehr sprechen kann, aber noch eine Tätigkeit ausführt, die jetzt aber auch jetzt kognitiv nicht viel abverlangt. Das ist eine, nennen wir es mal eine Fingerübung. Also kriegt er doch schon noch was hin und ist nicht komplett auch rückschrittig. Aber ich fand das auch, was Lida schon erwähnt hat, dass auch alles Mögliche technisch ja gar nicht in den Fortschritt geht nach 300 Jahren. Dass die halt wirklich einfach back to the roots gegangen sind, die Affen. Und eher so wie ganz, ganz früher leben. Und da technologisch halt nichts vorwärts gebracht haben, obwohl sie halt doch so angeblich hyperintelligent waren in den Vorgängern. ist die Wissenschaft aber keinen Schritt weiter gegangen. Das ist auch so ein Aspekt, der in der Luft hängt und viel Potenzial birgt und an diese Grundthematik, die im Roman immer anklingt, nämlich rassistische Konzepte und speziistische Konzepte anklingt. Wenn ich zum Beispiel suggeriere, dass wir hier diese Affenpopulation haben, die aber offenbar, was ja auch durch ein bestimmtes wichtiges Plotelement, nämlich das Streben dieses Anführers der militarisierten Affen mit Namen Proximus, also er nennt sich Proximus Caesar, der nächste Caesar für alle Lateinkundigen. Und dass dieser Proximus eben ein großes Streben hat, ein bestimmtes Arsenal an mutmaßlich Technologie, Waffen dergleichen der Menschen sich zu erschließen mit allen Mitteln und dafür eben auch die menschliche Figur und Noah sich untertan oder sich zu Willen machen will. Und das suggeriert uns eben alles, so genauso wie der bereits von uns allen erwähnte Stillstand Evolutionäre der Affen, dass die nicht fähig sind, selber großartig innovativ zu handeln oder wenn überhaupt nur in einem sehr kleinen Rahmen. Während die Menschen eben in 300 Jahren massive Fortschritte gemacht haben, intellektuell und technologisch, haben die Affen quasi gar keinen gemacht und es nicht mal geschafft, das technische Niveau, das sie bereits hätten von den Menschen übernehmen können, beizubehalten. Es ist also quasi so, dass sie permanent eine Art Lehrer oder irgendwie Helfer im Menschen brauchen, um auf dem gleichen Level zu bleiben und weder erfinden können und nicht mal fähig sind, weiterzuführen. Das habe ich auch, also die müssen es ja irgendwie an die, oder wollen sie, vermeintlich ist jetzt eine Theorie, warum es so sein könnte, eben an den Originalfilm anpassen, an das Level, was die Affen da haben. Aber das hat mich auch richtig gestört. Ich finde, das hätte man alles besser machen können, wenn da nicht am Anfang des Films diese Zeitangabe gestanden hätte. Sondern, also wenn wir nicht diesen, diese krassen, ich glaube im Film steht ja Many Generations Later und das hätte für mich nicht so ein krasser Sprung sein müssen, weil dann wird eben einem noch mehr unter die Nase gerieben, hier wie wenig, wie viel Zeit war, in der die Affen eigentlich nicht viel erreicht haben. Ja, ein Affe alleine kriegt halt keinen Königreich, und wie man den Film sieht, die kriegen ja noch nicht mal eine Tür auf. Aber ich habe noch eine ganz interessante Frage, finde ich zumindest. Wenn ihr euch jetzt wirklich entscheiden müsstet, anhand dieses Films, den wir jetzt ja alle drei geguckt haben, ihr müsst eine Seite wählen. Wärt ihr eher Team Affen oder Team Mensch? Ja, Mensch. Warum? Die Affen führen halt offenbar ein sehr hierarchisches, rückständiges Leben, das nicht sehr prickelnd wirkt. Und ich denke, auf gewisser Ebene soll das eben auch so wirken. Also alles Potenzial, was man da in der Affengesellschaft scheinbar zu sehen schien, hat sich nicht verwirklicht. Daher würde ich in der Menschengesellschaft da mehr Anknüpfungspunkte finden. So, jetzt bin ich gespannt. Interessant. Und ja, also der Film, der zeigt uns ja schon, dass es nicht alles schwarz-weiß hier auf jeden Fall. Und ich mochte total gerne am Anfang diese Einführung in die Affenkultur. Das fand ich irgendwie schön. Klar, den Kritikpunkt, den wir gerade angesprochen haben, mal vorausgestellt. Ich fand es total schön, was die da für Ideen hatten, was die eben da in ihrer Kultur, vor allem mit den Adlern, das hat mir gut gefallen. Und vom Film her wäre ich schon Team Affe. Das ist jetzt ganz unpraktisch gedacht. Jetzt muss ich mich jetzt, ich bin ja das Zünglein in der Waage. Na super, in welches Team müssen wir jetzt alle drei gehen? Nein. Ja, du gehst zu Team Proximus. Du bist dann der Böse der Mitte. Definitiv. Ich hätte es aber durchgezogen. Ich wäre nicht so lieb gewesen. Ja, aber ich weiß nicht. Also ich fand das ja wirklich, die Einführung, gerade mit diesen Eiern und dem Rumgekletterer, in dem Clan selber war das ja alles schon relativ okay, dass du da dann natürlich so ein Despot wie den Proximus hast, kann natürlich auch bei den Menschen sein. Das ist ja das Problem. Das ist ja dieser Vergleich dann immer. Tier, Mensch. Ich wäre schon anfangs Affe und hoffentlich kriegen sie es im nächsten Zeitpunkt eine Demokratie aufzubauen. Dann bleibe ich. Team Affe. Man sieht gar nicht, dass ich einen Daumen hoch mache. Ich voll Idiot. Team Affe. Team Affe, Daumen hoch. Ich freue mich ja hier weiter zum Affen mache. Super Jokes heute, sage ich euch. Also meinerseits würde ich noch gerne ein bisschen über das Schauspiel, auch der menschlichen Darstellenden sprechen und auch der Affen darstellen. Wir haben ja bisher über die Technik gesprochen und das ist solide, aber auch da habe ich das Gefühl, dass die Menschen, wir sehen hier ja nicht sonderlich viele, ein bisschen overacten. Dann finde ich auch hier die Handlungskurve. Das war ja noch ein wichtiger Aspekt, dass wir die sehr schlicht gehalten haben, wo die zum Teil auch massiv geklaut wird von War for the Planet of the Apes mit so ein paar Elementen und offenkundigen Anstielungen auf den alten Charlton Heston Film. Und auch das war schon dieser Aspekt, dass ich dann mehrfach dachte, jetzt sieht man wirklich gleich dieses Raumschiff mit Charlton Heston und seiner Crew da oben am Himmel, weil der Film sich darauf so bezieht, das dann aber wahrscheinlich nicht richtig ausarbeitet, um dann noch Raum für mehrere Teile zu haben. Daher auch diese Annahme und die Konflikte und Figuren, die wir haben, wirken oft sehr unfertig. In ganz vielen Aspekten hatte man den Gedanken, diese Figur hätte spannend sein können und wird dann einfach mal eliminiert. Also gerade zum Beispiel da die Begegnung, nämlich für die menschliche Figur, die da Noah begleitet, nebenbei May ist ihr Filmname, dass die nicht die einzige intelligente Frau oder auf diesem Planeten ist, sondern dass es noch mehr intelligente Menschen gibt, parallel aber zu den Menschen, die krass retardiert sind, dass wir niemals hier eine komplexe oder irgendwie schlüssige Erklärung haben, warum es diese massive Aufspaltung gab, ob das was mit einer Immunität, mit dem Virus zu tun hat, ob es ein Gegenmittel gibt, das nur manche bekommen, oder wie diese beiden Gruppen einander gegenüberstehen. Die wirken dann bei einer Konfrontation so vage, wie Drehbuchautoren-Team wussten nicht, was sie daraus machen sollen und dann wird die Situation sofort aufgelöst. Dass diese Figuren, die wir hier noch weiter haben, einfach nie wirklich ihr Potenzial erfüllen und das ist sehr enttäuschend. Gerade wenn wir denn die finale Konfrontation haben, haben wir teilweise das Gefühl, wir sehen einfach nochmal War for the Planet of the Apes. Ja, also das kann ich natürlich nicht beeilen, kann ich natürlich nicht mitsprechen, weil ich den eben nicht gesehen habe, aber ich hatte den Eindruck, dass der Teil hier, dass die Menschen gar nicht so wichtig sind eigentlich. Ich war fast irritiert, als dann Menschen kamen und deswegen war der Film für mich, der hat die Menschen auf jeden Fall gebraucht, weil sonst wäre es eine relativ langweilige Story gewesen, jetzt nicht zu sagen, dass es unbedingt wahnsinnig eine aufreizende Geschichte ist, aber es war für mich so ein krasser Fokus auf den Affen, dass die Menschen mir fast egal waren sogar schon. Ja, und das ist eben meiner Meinung nach um so ein großes Versäumnis dieses Films, dass wir fast das ganze erste Drittel eine Geschichte sehen, die mit dem eigentlichen Konzept von Planet of the Apes praktisch nichts zu tun hat und auch wirklich nicht interessiert. Und dadurch ist da eben ganz viel verschenkte Zeit auch drin. Der Film hat ja eine gewisse Länge. Es ist, wenn ich mich nicht irre, der bisher längste Film der neuen Teile zumindest und ist jetzt eine sehr vage Vermutung. Ich habe es leider nicht recherchiert, mein Fehler, aber die älteren Filme waren, so wie ich es erinnere, alle generell kürzer und oft unter zwei Stunden von der Gesamtlänge und damit wäre es dann der längste Film des gesamten Franchises überhaupt. Und das ist aber nicht, weil er so viel Komplexität in seiner Handlung hätte, sondern einfach, weil er uns so viele unwichtige, uninteressante Sachen erzählt. Also definitiv. Also du hättest so viel wegkürzen können. Da kommen zehn vor, gerade auf dem Weg von Noah und ich nenne es ja mal seinen Schergen hin bis zum Proximus. Er ist so viel unwichtiges Zeug drin. Ganz, ganz wild. Aber wo du gerade schon erwähnt hast, gerade die Menschen, Schlager, die fand ich auch so läppsch. Also die hätte man nicht gebraucht. Und gerade der Anfang, ich hatte dann nämlich gelesen, dass Wes Ball als Pitch gebracht hat, das ist Apokalypto, der von 2006, jetzt halt im Universum Planet of the Apes. Kann man am Anfang reinlesen, aber er hat halt nicht, ja, nicht genug Eier, um das auch so durchzuziehen. Weil in Apokalypto denkt man halt wirklich, das ist ein Urvolk. Die Sprache ist auch unverständlich für einen selber. Ja, die sprechen halt alle ganz normal und leben halt einfach nur im Urwald oder im Wald. Naja, also der Film weiß, glaube ich, auch nicht, welchen Stranger richtig nehmen will. Ich hatte nämlich auch große Angst, dass die weibliche Figur, der Mensch, dass die auf einmal dann rauskommt und sagt, sie ist jetzt sozusagen der weibliche Schaltenhesten, weil sie hat die ganze Zeit so eine lange Hose und ich dachte immer, bitte sagt nicht, sie ist mit dem Raumschiff gelandet, bitte sagt sowas nicht. Aber naja, es passieren auch noch andere Sachen, die ich auch nicht so cool fand am Ende. Ja, dieses, was ihr sagt, dass es wenig mit Planet der Affen dann zu tun hat, die erste Hälfte, da war ja durch meine hier Herangehensweise, konnte ich die ganz genießen, weil ich es eben so schön fand, in dieser Affenkultur eingeführt zu werden. Ob man das jetzt dann als eigenständigen Film betrachtet oder die Erwartung dran bringt, hier, wann geht endlich Planet der Affen los? Deswegen konnte ich mich da hinsetzen und sagen, oh, das ist aber schön. Oh, das mit den Eiern. Oh, das ist aber nett. Das gefällt mir irgendwie. Deswegen fand ich das auch, als er dann loszieht und irgendwie hat er sich so Zeit genommen. Ich mochte diese Mischung aus, sie sind ja, sie können sprechen und haben aber diese Affenmaneurisms, also diese Verhaltensweisen. Irgendwie konnte ich mich da richtig fallen lassen drin. Also der nächste Punkt ist ja der, und das ist eigentlich das größte Potenzial dieses Buches und dieses ganzen, dieser ganzen Welt, dieses ganzen fiktiven Kosmoses, nämlich diese rassistischen Anspielungen, die hier auch, oder rassistische Gleichnisse, die hier punktuell manchmal anklingen, aber nicht, weil die Autoren das in irgendeiner Weise ausgearbeitet hätten, sondern einfach, weil es so inhärent und idiosynkratisch für diese ganze Konstruktion ist, dass man es nicht einfach komplett eliminieren kann, es sei denn, man würde es bewusst versuchen, aber selbst dann würde es wahrscheinlich wieder durchdringen. Und dass wir hier zum Beispiel haben, Orang-Utans, die offenbar immer in so einer Art religiöser, intellektueller Position sind, ein bisschen spirituell, die weisen, mehr oder weniger pazifistischen, aber potenziell, wie wir aus anderen Filmen wissen, auch intriganten Individuen, dann haben wir hier Bonobos, und Bonobos scheinen irgendwie immer die Bösen zu sein und sind hinterhältig und aggressiv und irgendwie so Handlanger, also nicht Anführer, Bonobos sind immer so second in command, aber fies, dann haben wir hier die Schimpansen, die im Großen und Ganzen immer mehr oder weniger die Guten sind oder einfach Mitläufer, aber nicht wirklich böse und die potenziell als Schlägertypen militaristisch knallhart, die Gorillas, die auch gut oder böse sein können, aber offenbar auch immer nur einen Anführer brauchen, der dann ein bisschen sie in eine bestimmte Richtung zieht, sei es die positive oder die negative. Und diese Konzepte sind schon wieder sehr deutlich. In manchen in den älteren Filmen oder auch im vorigen Franchise waren die noch deutlicher. Und man hat das Gefühl, dass diese gesamte neue Serie nicht wirklich weiß, was sie damit machen soll. Und das war ja schon ein heikles Thema in den alten Filmen, denn das war ja genau während der explosiven Zeit der Bürgerrechtsbewegung. Man hatte mal so ein bisschen das Gefühl, ist das jetzt irgendwie so eine ultrarassistische Metapher und das würde ja auch zu Mr. Charlton Heston sehr passen, ist das jetzt so eine weiße Paranoia, was passieren könnte, wenn man auf einmal mit der Bürgerrechtsbewegung weitermacht, also wenn die weiter fortschreitet. Das klang immer damit und dadurch hat das eben diesen ganz unangenehmen Unterton und diese neuen Filme sind wieder mit bestimmten Konnotationen konfrontiert, wollen sich da aber einfach nicht mit auseinandersetzen. Und das ist frustrierend. Ja, zu den Sachen, also beim Ende geht es ja ganz stark auch in die Richtung, wir haben es glaube ich nach dem Film mit den zwei, drei Leuten, die ich noch gesprochen hatte, witzhaft genannt, 12 Years a Abe, weil die fangen ja dann auch an zu summen. Also ich finde, da wird schon ganz stark drauf eingegangen, in welche Richtung der Film oder was er da spiegeln will. und auch dass der Mensch sich über den Affen sieht, wird auch ein bisschen rauskristallisiert, zumindest im Gespräch zwischen May und Noah, haben wir ein Gespräch, finde ich, wo das auch gut rauskristallisiert wird, dass sie das glaube ich schon denkt. Oder habt ihr das anders gesehen in dem Film? Das ist dann aber eine ganz andere, im Kontext dieses Filmkosmos, historisch belastete Situation. Wenn sie dann zum Beispiel sagt, und das würde ja dann fast, wenn man so eine Metapher tatsächlich anwendet und sagen würde, es ist so konstruiert, dass die Affen alles verkörpern sollen, was nicht weiß ist und die Menschen alles, was weiß ist, dann wäre das ja schon eine, also das ist nicht nur dünnes Eis, das heißt, man läuft schon durch kaltes Wasser, wenn man das macht. Nicht, wenn man diese Metapher darin sieht, sondern wenn man diese Metapher so intendiert. Verstehst du? Das ist ja ein Unterschied, ob du etwas siehst oder ob du es so da reinsetzt. Und das würde ja eine Art Verkehrung der historischen Realität, wie wir sie außerhalb dieses Filmkosmos jetzt tatsächlich haben. Da ist es ja so, dass die weißen Europäer und so weiter, Kolonienisten, sind überall hingegangen und haben gesagt, so bam, wir klauen jetzt mal uns überall unser Land zusammen, wir versklaven Leute und so weiter. Das wäre ja eine Umkehr dieser Situation, weil in diesem Fall ja die Affen aus der Sicht dieser Menschengeneration den Menschen das weggenommen haben und die Menschen da ja zumindest von diesen Affen massiv gejagt und unterdrückt werden. Das müsste man denn wesentlich komplexer behandeln. Aber dann ist ja dieser und diese Handlung bestätigt sich ja auch indirekt, das hatten wir ja angesprochen, dieser Punkt, die Affen können offenbar nichts selber erfinden und sie können nicht mal besonders gut mit Technik und so weiter umgehen. Dann wäre ja diese Annahme der Menschen, dass sie über den Affen stehen, wenn diese im Film, wenn wir davon ausgehen, dass May das so denkt, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich durchaus so lesen lässt, berechtigt. Ich denke da drauf gerade rum. Ich kann da jetzt nichts gleich zu sagen. Kommen wir doch zum Fazit oder habt ihr noch was? Dann fangen wir auch bei dir an, Lida. The planet is yours. Ja, ich habe viel gesagt und dementsprechend fasse ich mich jetzt kurz. Technisch hervorragend, dramaturgisch als reine Unterhaltung. Okay, wieder versagt dabei, das Potenzial des Buchs zu erfüllen, was nicht anders zu erwarten war. Also akzeptable Unterhaltung, die aber viel mehr gekonnt hätte, wenn man nur bessere Drehbuchschreibende hätte. Schlöger, die Affenbande wartet auf dein Fazit und ich auch, komm. Ja, also ich habe es ja schon gesagt, dadurch, dass ich da, ich konnte mich am Anfang recht fallen lassen. Ich war da voll in der Affenwelt drin. Ich war begeistert von den Animationen und den Mimiken und Gestiken. Das hat mir total gut gefallen. Ich mag auch diese Zeichensprache total gerne. Ich mag es gerne, wenn mit Sprachen irgendwie experimentiert wird. Deswegen war ich hier wieder irritiert, dass die Affen trotzdem nur so eine Basis-Sprache sprechen und sich da nicht auch schon weiterentwickelt haben. Aber die Geschichtsentwicklung im Film fand ich nicht ganz so prickelnd. Ich hatte schon angedeutet, ich hätte eigentlich fast die Menschen nicht gebraucht. Und auch, wo es dann hinführt, dieses, ja, okay, wir haben hier, okay, wir wollen jetzt nicht über die Geschichte spoilern. Das fand ich nicht ganz so gut. Ich würde aber trotzdem sagen, dass der Film solide ist. Er ist schön anzugucken, auch die Kamerafahrt und die ganze Inszenierung. Schön am Anfang, schön langsam nimmt er sich Zeit, um das alles zu erzählen. Er wirkt nicht überhetzt. Ich konnte immer gut lesen, was im Bild passiert. Also auch nicht übertrieben viele Schnitte. Ich fand auch gut, dass es teilweise nicht nur schwarz-weiß war, sondern man da eben auch Grauzonen hat. Und deswegen denke ich, dass es eine sehr gute Empfehlung ist, den auf jeden Fall im Kino abzugucken. Da kann ich mich zum Glück sehr, sehr kurz fassen. Ich finde auch, das ist ein visuelles Brett, den man auf jeden Fall mal im Kino gesehen haben sollte. Dafür ist er auch gemacht. Die Action ist auch sehr, sehr ansehnlich. Mir fehlte aber irgendwie dieser große Knall, das Baboon irgendwie in dem Film. So irgendwie hat mir das nicht viel gegeben. Ich habe jetzt keine Szene großartig, die mir jetzt im Kopf bleibt. Jetzt schon ein paar Stunden nach dem Film. Auch was die Menschen so auf einer bestimmten Stelle machen und dann so vorantreiben, hätte ich jetzt auch null gebraucht. Aber auch für mich auf jeden Fall ist es eine solide Empfehlung. Kann man sich im Kino angucken. Es ist ein Popcorn-Kino. Wir stoppen unsere Podcast-Regentschaft für diesen Cast, aber wir kommen definitiv wieder. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch alle ab dem 8.5. selber eine Meinung zur Planete Affen New Kingdom machen in euren Kinos. Und nicht vergessen, ihr dürft uns gerne folgen, liken und teilen. Nämlich überall dort, wo es Likes gibt. Habe ich auswendig gelernt. Und zudem auch auf www.tele-stammtisch.de gibt es viele weitere Oberaffen-geile Podcasts von unseren 13 Kolleginnen und Kollegen. Dazu noch im Moment gerade zwei richtig aktuelle Gewinnspiele. Die solltet ihr mal ausschecken. Und dann mache ich kurz Eigenwerbung. Wollt ihr von mir mehr sehen oder hören? Es gibt Leute. Außerhalb des Tele-Stammtisch-Universums einmal auf Insta Zero Famous abchecken oder auf allen anderen möglichen Podcatchern mache ich auch noch so einen kleinen Filmtieftauchen, der Film-Podcast mit historischem Faktencheck. Ich bin der Typ, der einfach nur die Filmfakten erzählt und meine liebe Partnerin sorgt für den historischen Faktencheck. Damit habe ich mich jetzt schon verabschiedet. Dann ist gleich Lieder dran. Zu guter Letzt Schlöcker. Ich bin jetzt komplett Bananenmatsch. Deshalb einen freundlichen Kotwurf in die Runde. Auf Wiederschön. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich bin raus. Ja, ich halte es kurz und sage Tschüss. Ich halte es auch kurz, denn so viel Eigenwerbung stinkt. Schaut doch einfach mal auf Schlöcker.de vorbei und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Besprechung wieder hören. Bis dann. Ciao. Ciao.